Akkulturation meint die Übernahme von Elementen einer fremden Kultur durch ein Individuum, eine Gruppe oder eine Gesellschaft. Voraussetzung ist, dass ein direkter Kontakt zwischen der eigenen und der fremden Kultur besteht. Im Zuge einer Akkulturation können Wissen, Werte, Normen, Techniken oder die Sprache übernommen werden. Akkulturation kann unilateral stattfinden. Dann übernimmt nur eine der beiden miteinander in Kontakt stehenden Kulturen Elemente der anderen Kultur. Wenn beide Kulturen Elemente aus der jeweils anderen Kultur übernehmen, handelt es sich um eine reziproke Akkulturation. Wird jedes Element der fremden Kultur übernommen und dadurch die eigene Kultur ersetzt, spricht man auch von Assimilation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017